Los! Kommt schon! Komm schon! Ach, warte! Ah, warte! Gehen sie mal schnell! Ach komm! Immer diese Zurückzieher! Jetzt DD! Ist doch nicht so schwer! Voller Trupp! So, die Pumpenfestung, Leute! Hey, da ist eine Mikrotee, die genauso aussieht wie dir, nur andere Haarfarbe! Hör auf mich zu kopieren! Hey, Tobi! Bin ich mal gespannt, wen wir hier überhaupt treffen! Welcome to hell? Oh Gott, wenn das einer sagt, ne? Das wird ja lustig! LOL! Wie viele Tänzer! Oh, nee, warte! Egal! Wie viele Tänzerinnen, ne? Dann mach ich einen Tänzerinnen noch! Ähm, was geht? Ähm, was geht? Ich hab Angst! Was ist das denn? Aber die Tänze sind jetzt richtig aufgeteilt! Jeder hat einen Tanzpartner! Wie cool ist das! Ich bin bereit! Mein Todes-Tango ist sogar schon wieder weg! Leute! 24 bereit! Wuhu! Wir werden so... Wir werden so... Also... Sterben ja nicht oft! ... Oh! was der eine ist so wie ein zwerg holladrio ok wenn man das hat muss man von den leuten welche fehlen da ist jemand runtergefallen was da war zu viel der wollte zu viel nooo hoppla ich hab nicht aufgepasst ich orientiere mich auch voll auf mein team die machen das super das hat weh getan es hat vorhin jemand gesagt willkommen zu hell also ich hab Angst ach komm ich hab das nicht gesehen manchmal sehe ich durch die ganzen explosions gewitter nicht was jetzt gut und was schlecht ist na gut man kann es ausstellen aber das ist dann so so müde und langweilig was jetzt gut und was schlecht ist ich bin finde ich nein nein was machst du nicht schon wieder runterfallen nein was machst du nicht schon wieder runterfallen ric fallait auw nein hä 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 ja ha ja Okay. Ah! Alter, der stößt aber ein. Ich bin schon weit nach hinten. Ah, verdammt! Ah, Mann! Ich seh das zu. Spät, was da überhaupt abgeht. Naja, ist ja mein erstes Mal. Na? Äh, Null. Oh! 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 Das erste war schon, ja, schon ein bisschen unangenehm. Ich hab die Attacken manchmal so spät gesehen. Und das ist das erste Mal, dass ich hier drin bin. Und zweimal läuft's vielleicht besser. Vielleicht. Äh, was? Hier war es. Und zweimal ist das. 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 Und zweimal ist das... Weil... ich bin die ganze zeit Paralyse Aaaa iziyle gittin Das war's für heute. Oh, diese Melodie ist so entspannt. Ich darf mich davon nicht hypnotisieren lassen. Jetzt werde ich unaufmerksam und kriege ich volle Freizeit ab. Okay, Fortschritt 2. Oh, wir haben unseren eigenen Gegner. Warte mal, heißt das, jeder kriegt einen anderen Androidener-Subscribe? Wow, diese Flugeinheit miese heißen. Ah, Alpha, also Alpha, und dann Chi, und dann, wie heißt die andere, das sehe ich gerade nicht. Bami-Bam-Bam? Was? Drei, zwei, eins. Oh, das ist Beta. Au! Au! Was? Okay, merken. Wenn ich so ein Ding über meinem Kopf sehe, dann... Oh, was? Uff! Was zur Hölle war das denn? Ich hab nur das gemacht, was die anderen gemacht haben. Warum? Warum nicht bei Beta? Warum nicht bei Beta? Oh! Alter, das hat schon gereicht, um mich zu treffen? Wow! Ich hätte wirklich komplett woanders hin. Na, wir sind jetzt momentan einer weniger, leider. Aber er hat gesagt, er kommt wieder. Also, ich hoffe nicht, dass mein Team ihn rausschmeißt. Ich würde dagegen stimmen, ihn rausschmeißen. Ich hab Angst! Hör auf damit! Ich hab kaum Heilung hier! Ich weiß schon, warum die sagen, willkommen in der Hölle. Weiß... Äh... was? Oh Gott! Aber... Heilkreis! Wusss! Okay. Also, das ist wirklich... Ich habe andere Sachen nicht gesehen, was passiert. Ich sterbe sehr oft. Vielleicht sollte ich wirklich in Zukunft darauf verzichten. Auch die ganzen Effekte. Warum hat das uns vorhin alle getötet, wenn man doch eigentlich da stehen muss? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe mich jetzt nicht da reingetraut, weil sie das letztes Mal voll zerfetzt hat. Heiler? Die Heiler tun mir bei solchen Raids immer leid. Aber gut, die haben sich den Job ausgesucht. Die wissen, was zu tun ist. Unser Qi ist total voll Leben. Nein, ich kann nicht so schnell weg. Das Problem ist, ich kann halt nicht auf meine Attacken gucken. Und gleichzeitig auf das, was mit dem Ding passiert. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich kann es nicht automatisch. Also unsere Flugeinheit wird die letzte sein, die stirbt. Ähm. Und die hat uns am Anfang übelst fertig gemacht. Ah man, wird halt noch besser Alter, was? Achso, ja Da müssen die Heile einfach nur immer wieder heilen So, Beta ist gleich down Wenn man aus der Mitte tanzen könnte und dabei alle treffen könnte Wäre perfekt So, jetzt ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit Einer ist weg Gleich ist Alpha weg Vielleicht sind die schon von Beta zu uns gekommen Weil der am besten Leben hat Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Schneller Alter, was? Ich kann halt auch nicht auffassen, dass die Flugdinger da auf uns krachen Und man sieht ja, wo die stehen Aber dass die auf mich zurasen, vergesse ich Also Ich glaube, ich muss den Ausgang nutzen Ich glaube nicht mehr, dass ich wieder belebt werde Ja, ich bleibe jetzt zum Schluss Ja, belebt mich Es gibt sogar zwei Murasaki's Ist das euer Ernst? Ich habe es gerade in der Liste gesehen Eine Murasaki Malagul Loll 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 Untertitelung des ZDF, 2020